Dieser fabelhafte Stich ist besonders beliebt und ein absolutes Muss beim Quilken. Der Vorstich wird entlang einer Linie gearbeitet und schafft Struktur und Tiefe. Wenn du möchtest, kannst du die Linien mit einem wasserlöslichen Stift auf deinem Stoff vorzeichnen. Wenn du Rechtshänder bist, arbeite von rechts nach links. Führe den Faden am rechten Endpunkt der Linie, die du besticken möchtest, durch den Stoff nach vorne. Steche die Nadel in kurzem Abstand auf der Sticklinie wieder ein und ziehe den Faden auf die Rückseite. Führe den Faden in kurzem Abstand weiter links auf der Sticklinie wieder heraus. Arbeite dich auf diese Weise mit gleichmäßig kurzen Abständen weiter nach links bis zum Ende der Linie vor. Theoretisch sollten diese und alle folgenden Stiche gleich lang sein. das once in der Linie wieder herausbekommen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018